So Leute, jetzt zu den Free-Ass-Sammlern. Also dafür, dass die Sammen so leicht sind, also vom Gewicht her wie die eigentlich gar nichts, haben die einen echt guten Klang. Was halt auch wieder ein typisch so leichtes Gehäuse ist, man kann sie eindrücken, wahrscheinlich könnte man sie mit bloßen Händen zerdrücken. Wobei, ich glaube, das ist Wiesan, also... Diese Teile liegen wirklich so gut wie gar nichts. Man kann hier sogar ganz leicht durch die Spinne durchsehen. Also in Realität kann man natürlich besser durchsehen als durch die Kamera. Ich sehe auch direkt im Licht, ne? Man kann da schon die Kupperschwingspule sehen. Die Kupperswingspule sind natürlich fast stumm von der Lautstärke her. Aber vom Klang her? Geil! Also, tschüss, bis zum nächsten Video! Tschüss, bis zum nächsten Video!